...gegründet, YouTube und auf der Homepage und haben gesagt, wir versuchen halt Elektrobobilität so zu fördern, dass wir Videos machen zu Elektrobobilität und halt auch so zu Tagen kommen wie diesen hier. Aber auch in Darmstadt waren wir schon, da kommen wir her, auf so einen Tag. In Aschaffenburg haben wir uns das letzte Mal gesehen. Also wir versuchen das einfach zu zeigen, den wir da hinkommen und einfach sagen, es funktioniert. So Aktionen wie Septembergrillen? Septembergrillen? Was meinst du? Da gibt es dann auch genug Salat. Das ist ein Insider. Also das ist so, wenn wir heute zusammenkommen, dann, früher war das so, dann hast du ein paar Immobilisten erreichen können. Es gab eben nicht so viele. Wenn wir heute zusammenkommen, ist das schon, also ich kann verstehen, dass andere sagen, das hat was mit Sekte zu tun. Und ich kann auch verstehen, dass man da genervt ist, wenn es schon wieder zum Tag der Elektromobilität geht. Aber ich meine, man lernt ja auch eine Menge Leute kennen und du hast jetzt wahrscheinlich auch doch einige schon kennengelernt, in deinem Alter, die das gleiche Leiden haben wie das deiner Eltern, oder? Ja, also ein paar haben halt auch so Eltern, die so YouTube-Kanäle betreiben, die dann genau das gleiche Problem haben. Das gleiche Problem. Hat sich dein Leben verändert? Also nicht nur, dass du weniger Freizeit hast, weil du an diesen Wochenenden vielleicht doch mit musst. Frage mehr Umweltbewusstsein. Hat sich da deine Sicht auf deine Umwelt verändert? Also nur so ein bisschen, weil ich war halt schon davor, fand ich es halt ganz cool mit den Elektroautos, aber ich wusste halt noch nicht so viel darüber. Und jetzt ist es schon so ein bisschen mehr geworden, ja. Aber ein bisschen Spaß macht schon, wenn du da mit in der Schule vorfährst oder so. Ja, das macht schon Spaß. Also dann gucken immer alle und fragen mich immer, ob das mein Auto so bezeichnet ist von meinen Eltern. Dein Auto, das heißt es fährt autonom und von daher wirst du vom Auto zur Schule gebracht? Naja, nicht so ganz. Noch nicht? Noch nicht. Ich fahre schon lange Autopilot, das heißt ich habe schon immer jeden hinters Lenkrad gelassen, einfach in der Überzeugung. Ich kann viel reden, wenn der Tag lang ist, aber wenn ich jemanden hinters Lenkrad lasse, dann funktioniert das einfach und dann sind die Leute alle begeistert und alle wollen elektrisch fahren. Und ich denke, wir sind so weit, dass wir sagen, okay, für dieses Interview reicht es jetzt oder dürfen wir noch mehr fragen? Wir machen einfach weiter, okay. Das ist unser Redakteur, entfernt sich gerade, das ist klasse. Das heißt, wir können ein bisschen schnacken. Wir haben, ich denke, wir werden mir nachher noch mal deinen Mann holen. Sebastian, genau. Damit der noch mal sein Leit schildern kann. Ich habe verstanden, er wird jetzt ganz alleine, wird er sich Richtung Spanien bewegen. Man weiß es noch nicht genau. Das führt mich natürlich zwangsläufig zum Thema Versorgung, Infrastruktur. Wie ist das denn? Da hört man doch immer die Grusel-Story. Und wenn er dann unbedingt Richtung Süden fahren will, gibt es denn da Strom? Also erstmal Strom kriegst du doch in der westlichen Zivilisation überall. Also ich meine, jeder hat Strom. Also wenn ich nicht gerade ins tiefste Afrika, was für mich keine westliche Zivilisation mehr ist, fahre, habe ich überall Strom. Das heißt, im Zweifelsfall gehe ich zu einem Bauernhof und sage hier, ihr habt doch bestimmt irgendeine Maschine mit 11 kW Anschluss, lasst mich mal bitte laden. Ja, und wenn die dann ein bisschen komisch gucken, dann lasse ich denen natürlich Geld da dafür da. Ist ja logisch. 11 kW? Was sind denn 11 kW? Ist das diese rote Steckdose? Danke, dass du mich so unterstützt. Ja, es ist die rote Steckdose. Die rote Steckdose gibt es in zwei Größen. In schmaler, dann ist es 11 kW und in groß 22 kW. Die meisten Elektroautos haben die Möglichkeit, an 11 kW zu laden, also mit Adaptern oder so. Und so auch unseres. Das heißt, das ist gar kein Problem. Aber auch die Ladeinfrastruktur, wo man wirklich einfach hingeht, Kabel reinsteckt und es wird irgendwie abgerechnet, wird immer besser. Und bei Tesla ist sie sowieso super. Weil Tesla, wir fahren ja das Model X, die haben sich einfach gesagt, wenn wir E-Autos verkaufen wollen, dann müssen wir auch eine Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann jetzt mich einfach ins Auto setzen, sagen, ich will nach Lissabon und wäre, wenn ich gar keine Schlafpause mache, morgen Mittag in Lissabon. Einfach so. Ja, aber da bin ich ja mit meinem Diesel deutlich schneller. Ich kann ja 1200 Kilometer am Stück fahren, ohne Pause, ohne alles, ohne Schlafen. Da bist du ja mit deinem Elektroauto viel langsamer. Das sind doch die Argumente, die man immer hört, oder? Aber du weißt schon, wie viele Kilometer bis nach Portugal sind oder bis nach Lissabon? Das ist viel zu weit für mein Elektroauto, das schaffe ich nicht. Also bis nach Lissabon sind es 2200, 2300 Kilometer. Wir hatten nämlich eben extra mal geguckt. Also nicht extra für das Interview, sondern weil auch so Fragen kamen. Und dann finde ich 2300 Kilometer in 24 Stunden, finde ich schon in Ordnung. Und ja, klar kann ich das auch mit dem Diesel fahren. Mit dem Diesel bin ich dann vielleicht in 22 Stunden da, 21 Stunden da. Alles gut. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wir waren mit dem Turan unentspannter. Wir waren einfach gestresster. Muss aber jeder selber ran. Nee, absolut. Ich meine, da bin ich ja völlig bei dir. Also ich komme jetzt gerade von der Rallye Kroatien zurück. Wir sind in zehn Tagen, sind wir 3800 Kilometer gefahren. Von einem Top-Hotel zum nächsten Top-Hotel. Traumhafte Landschaften. Und da denkt niemand drüber nach, ob ich wohl zum nächsten Ziel komme. Sondern man fährt einfach in der Gewissheit, A, die Hotels haben überall Strom. Da kann ich also die ganze Nacht laden und bin ja wieder voll. Und jeder von uns, der fährt, findet das viel entspannter. Du findest es auch entspannter oder fährst du lieber von Tankstelle zu Tankstelle? Also ich habe von der Tankstelle eigentlich nie so wirklich viel mitbekommen. Genauso wenig wie vom Laden. Aber dafür kriege ich beim Laden immer was zu essen. Was gefällt dir da? Also McDonalds klingt gut, oder? Ja, da waren wir früher fast nie. Mittlerweile sind wir jetzt öfters mal bei McDonalds. Ja, ich kann dazu nur bestätigen. Also als ich angefangen habe, Tesla zu fahren, musste ich feststellen, da sind überwiegend in McDonalds-Nähe gebaut. Und so von einem Jahr Macchiato zum nächsten, tatsächlich wird aber auch vom Macchiato dick. Das muss man dann irgendwann wieder lassen, ja. Aber mir geht jetzt die Stimme aus. Das heißt, ich habe mich jetzt trocken gebabbelt. Das heißt, ich würde das Interview jetzt erst mal beenden, wenn du noch was sagen möchtest, so Abschlussworte? Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Vielleicht noch, dass du deine Schulkollegen motivieren möchtest, deren Eltern ein bisschen zu motivieren lässt. Ja, aber das ist ein bisschen schwieriger, weil meine ganzen Klassenkameraden finden halt eher sowas wie Ferrari oder sowas voll cool. Weil die halt denken, dass Elektroautos immer sehr, sehr langsam sind und sowas. Aber du bleibst dran. Wie sieht das bei dir aus? Noch ein letztes Wort für dieses Interview? Ja, also ich würde einfach jedem raten, der sich jetzt damit auseinandersetzt, ein neues Auto zu kaufen, setzt euch zumindest mal ein E-Auto rein und denkt darüber nach, euch ein E-Auto oder einen Hybriden zu kaufen. Also jetzt noch Benziner oder Diesel zu kaufen, finde ich kurzsichtig gedacht. Einfach, das ist das, was ich noch sagen will. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Meine Einstellung kennt sowieso jeder. Es geht nichts über Elektromobilität. Mehr Spaß kann man gar nicht haben. Das wissen hier alle, alle, die an der Messe beteilt sind. Ich kann nur sagen, wir haben auch Nutzfahrzeuge hier. Wir haben Baumaschinen da, Baumaschinen rein elektrisch betrieben. Ich würde mich freuen, wenn es Gewerbetreibende gibt, die heute und morgen noch kommen, speziell um die Nutzfahrzeuge zu sehen und die Baumaschinen da draußen. Baumaschinen elektrisch angedrieben. Ich finde es phänomenal. Danke.